Grüß dich, ich bin Herbert Jordan, leider kann ich meine Gedichte nicht mehr direkt vordragen, ich schaue ihn aber von oben zu, wo ich seit 2018 bei uns ein Herrgott bin. Ich habe 1968 zum Dichten angefangen und auf Birchrasse gegeben. Mit dem Rotreik-Club bin ich Gründungsmitglied vom Bauernhausmuseum geworden und habe fest mitgeholfen, dass dieses Kleinlaut erhalten bleibt. Es gefällt mir natürlich ganz besonders, dass meine Gedichte im Bauernhausmuseum gelesen werden. Ich bin in 1928 in Heimingau auf die Welt gekommen, von den harten Zeiten damals, aber auch von den schönen Jahren in meiner neuen Heimat Kirchberg in Tirol, da zählen meine Gedichte. Ich habe immer gesagt, dass du was Ehrlichs nur schreiben kannst, wenn du was weißt. Und damit du was weißt, musst du was da lebt haben. Der Brixen, du ein Wirtshaus sagst, ist lustiger, als wirst die ganzen Wiener Kabarettisten zusammenbringen. Schade, dass ich nicht mehr Dirk bei euch sein kann, es freut mich aber, dass ich mir bei meinen Geschichten zuhört. Ich sitze auf einer Brücke mit den Enkeln und schreie euch zu.